...dannach aus. Mal sehen, was passiert. Die Technik ist echt beeindruckend. Ah, sie sehen die Symbole. Ja, das hilft. Die Symbole auf den Kugeln fassen nicht zugehendem Licht. Bitte. Was ist das? Wow, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Albasra und der, den ich mir nicht merken kann. Wer war noch gleich dieser Albasra-Tür? Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten. Wo wünschte er sich mit Avery? Angeblich sollte er hin. Das kam er frei. Er schreckte das Pulverlager in der Gang. Der Epoj hat die Kruste beschaut. Der Andréker? Erst war ein Hinten. Dann wurde er ein mächtiger Schwertkämpfer. Wehe, beide Symbole gleichzeitig. Ich hab's. Und auf ein Neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mace, Tariq Bin Malik und Christopher Condit. Acht von zwei. Hey, schau. Diese Molle auf dem Ring drehen sich ständig. Schwierig. Ist der Beat Maliks in Augen, schau sie? Na ja, ist er auch. Was macht er so weit weg von der Baranze? Das ist gut. Was? Welche wie wir? Das ist die Geld. Was? 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 Ja, du hast es. Und der Rest unserer Crew. Richard Wundt, Edward England und Thomas too. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal. Das sind nur elf Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Schon seltsam. Mal sehen. Okay, wohin jetzt? Hei, Scheiße. Was ist deine fehlende Avery-Statue? Weißt du, ich glaub langsam unser Freund war ein kleiner Narzisst. Echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Puh, das geht's. Dann schön tief runter. Also, Nathan. Und sei bitte ehrlich. Wie ist das jetzt? Verglichen mit einem anderen Arzt, oder? Frag mich das am Ende nochmal. Reiß nicht, bitte. Bitte, bitte. Ist nicht gerissen. Schön. Das Boot ist da unten. Nach Ihnen, Käpt'n. Okay. Die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Ich bin so aufgeregt. Mir zittern buchstäblich die Hände. Ja, das Gefühl kenn' ich. Entweder das, oder... Ich brauche eine Zigarette. Vielleicht etwas Beweidung. Ja, das ist ja ein Tarnwort. Hey, komm, Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Keine Widerrede, komm. Okay. Und, hap. Okay, Captain. Was sehen wir hier? Da. Und? Große, totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein totenkopf. Das muss es sein. Lieber Talia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcázas Schlinge raushaben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Na, ist das unser Freund Rave? Wer sonst? Na, ist das? Die Hals! Oh, shit! Nathan! Sven! Sven! Vorsicht, Vorsicht! Oh scheiße, Sven! Jason! Ich muss von diesem Strand runter. Sam! Sam! Hörst du mich? Vielleicht flussaufwärts. Huah! Ich muss von diesem Strand runter. Sam! Verdammt! Sam! 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 Wo bist du? Gott sei Dank, die Vorratskiste. Verdammt! Klar! Alles weg. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht war das Sam. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Verdammt. Okay. Mir geht's gut. Oh scheiße. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Das ist ein kleines Schiff. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Das ist ein kleines Schiff. Einfach durchbeißen. Ich muss weitermachen. Einfach weitermachen. Einfach durchbeißen. 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 Magna Sam. Komm schon. Wo steckst du? Mist. Ich muss zu diesem seltsamen Berg. Bleib wo du bist. Ich komme zu dir. Kein Junge. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. Geh! Na schön, ey. Dann mal hoch. Oh, shit! Da geht's. Da geht's weit. Rafe. Rafe. Verdammt! Pass auf dich aus. Es wird halt. Oh. Oh. Was haben wir jetzt? Das war's für heute. Das war's für heute. Nicht sehr beruhigend. Das war's für heute. Whoa, 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 whoa. Himmel. Oh, Krishna. Oh, Krishna. Hallo? Oh, Krishna. Pech, ha? Arme Schweine. Oh, Krishna. Oh, Krishna. Ah, hi. Hey, ist hier wer vorbeigekommen? Groß, schlagsig, mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze? Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Das war's. Oh, scheiße. Hey, worauf fliegt du? Ich hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Das ist der Jungle, Mann. Da bewegt sich alles. Ich seh nichts. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Na los.